Und willkommen in der nächsten Folge von Ryshaw Infinity mit mir, Emmental. Und hallo auch im Namen der restlichen Guardians, die wir sind. Nicht nur allen, nicht nur mich und Farah, sondern auch Erscher mit Sleeping Dogs und, und, und. Brauche ich dir Hilfe? Puh, Kinderspiel. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Gehen wir mal da runter. Sieht ein Land aus. Huch, Medikin sind alles draußen. Was klingt denn hier so schön? Banane aus der Mülltunnel. Das mag ich schon. Und ein Tresor. Das mag ich noch am liebsten. Einer muss schmierig stehen. Bitte sehr. Ja, dass wir nur nicht erwischt werden. Pssst. Okay, zuerst mal geschaut. So, jetzt bin ich. Ein Kautbuch. Wo wohl die Schäffre ist? Okay. Mach mich doch sch... Lass mich stößen. Danke. Wir nehmen mal weiter. Okay, es war blöd, so nah an ihm anzustehen. Hab ich auch schon gemerkt. Die Stadt Schank, fand ich am Anfang gespielt, ist viel schöner. Woran das liegt, wer weiß. Gehen wir mal mit dem Schloss. Puh, Kinderspiel. Bitteschön. Danke, schnell der nächste Mal. Juhu, Erfolg freigestattet. Go, Lars. Hm. Es wird Zeit, wieder bei Updates zu kommen. Joa, das hat sich ja beinahe übersehen. So. Ah, komm, ich fühl mich schon besser. Ich glaube, ich stehe auch. So, geh, wie weiter? Los, los, los. Meine Fresse ist hier, wo alles stimuliert. Oh, schon wieder sowas. Oh, schon wieder sowas. Gut, ich stehe. Sprecher, um zu generieren, eine Magneticen Schild. Bekleine, um zu absorbieren, und Riech schieße, um es zurückzukehren. Büh, richtig schön Interessant Hm, aber gefällt wenn ich zooms Auch wenn ich schön klippt Tja, die geht nicht mehr Ja, also ist es witzig Ähm... Äh, ich weiß noch nicht Ouch, ouch, ouch Ach komm, wer gewinnt das? Ich finde schon was Taktik bleibt groß Ich hab hier Scheiße Ach komm Der liegt genau nach drunter Mehr Geld Hier Ja Ja Danke Für die Mann Vielen Dank Hier ist ein Schloss Na klar Wie, na klar Fertig Überrascht mich auch Und eigentlich nicht mehr das Schlösser hier sind W- Huch Wie denn da ausgestattet? Nachkampfkirche Nein, gesucht Amos Nein W- W- Da steh ich jetzt auch nicht so, oder so. Was ist mir ein Nebensmittelladen? Das Labor der Lutesses! Alles verlassen. Da ist ein Schloss dran. Das bedeutet, hier kommen wir vielleicht wieder zu? Da war ein Schloss dran. Muss was bedeuten. Nein, wo bist du? Wo? Hä? Wo? Bin ich blind? Puh, ich sehe es nicht. Ah, egal. Nur eins. Warte, ich geh mal an die andere Seite. Lass die Kraft namens Sog den verhassten Albertus vernichten. Geh mal weiter, Captain! Okay, fangen! Nice! Fies, ne? Wo ist der andere? Ach! Wer liegt hier? Wer liegt hier? Toller Bin! Was hat der? Ja, das ist... Ich brauche eine bessere Waffe. Ich glaube, da drüben ist ein Lockpick. Ach so... Hier, gut aufheben! Bitte sehr! Mit kurzen Haaren sieht sie besser aus. Obwohl... eher Ansichtssache, glaube ich. Nicht bestimmt, was Femme brauchen muss. Nein, bestimmt nicht. Hm. Oh... Ich hab so ein... blödes Gefühl in der Welt liegen. Da war ein großer Fuhr. Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist, wie der Biologe, den ich jetzt beobachte... Tja... Dann wirst du der Mozart von Columbia! Interessant. Ah, das sieht interessant aus. Bevor es weiter geht, mache ich hier doch eine Pause. Wie später, Leute! Abonnieren, kommentieren... Wäre sehr nett! Auch liken! Also... Tschüss!